Nach dem Wetter wieder zurück zur klassischen Musik. Servus, Herr Doktor. Hast du was für mich? Nein, ich habe bloß erwischt. Das ist ja mein Kult. Bist du der, der die Männer von unserer Welt? Und wie vergehst du? Sag das doch gleich. Ich mache dann Pause, Chef. Haben Sie nicht etwas vergessen? Entschuldigung. Na. Wo ist er? Auf Eis. Der ist innerlich verblutet, lag bei dem Aufprall mit dem Fahrzeug. Das ist jetzt aber nicht zerspannend. Na dann, was auch. Das Toxikologische Gutachten hat er gegeben. Dass der so viel Morphin im Blut gehabt hat, dass der zwar noch laufen konnte, aber nicht mehr wirklich gewusst hat, was er war. Und wenn der dazu auch noch Musik gehört hat, dann hat er das Fahrzeug gar nicht mitbekommen. Das ist das. Ich sag's ja. Klassische Musik, die bringt einen. Nein. Im Übrigen war noch Holzsplitter in der Platzrunde. Was bedeutet, er muss irgendwo der Gegengrenz sein? Ich will sonst nur was wissen. Mhm. Mhm. Ja. Sag mal, wann gehst denn du eigentlich in Rente? Hm? Also du bist eher mal einer Kugel ausgesetzt. vor einfachen. Alles für dich um simplierte Infoduer. Ja, ja. croweckloß! Quackloß! Vielen Dank.